Die Faktoren, dass Deutschland so erfolgreich ist im Export, sind mehrere. Und zwar, erstens sind es die Produkte, die exportiert werden, das heißt Maschinen, Fahrzeugteile, die gebraucht werden für die Industrie der anderen Länder. Zweitens ist es die deutsche Qualität. Deutschland hat einen sehr guten Ruf im Ausland bezüglich der Qualität. Und drittens sind es aber auch die Unternehmen in Deutschland, und zwar der Mittelstand. Das sind die kleinen und mittelständischen Unternehmen, die oft Marktnischen entdeckt haben und dazu Produkte produzieren und dann Weltmarktführer auf diesem Gebiet geworden sind. Untertitelung des ZDF für funk, 2017